Und ich habe gleich keine Munition mehr. Spätestens dann habe ich ein Problem. Oh oh. Oh oh, das war knapp. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh. So. Endlich. Anscheinend nur zwei. Ja, das war genau das, was ich gemeint habe. Oh oh oh. 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 Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 okay das verstehe ich jetzt nicht jetzt hat es mir irgendwie einfach gemacht aber okay bei solchen leuten frage ich mich auch immer ob die ein headset überhaupt an haben weil die hat jetzt ich bin gerannt und hat nicht mal gehört wo ich bin und sich dann hierhin knien ist keine gute idee scheint solo zu sein so ich habe jetzt mit absicht nicht auf die geschossen das hat jetzt folgenden grund gehabt erstens war mir das ein bisschen zu riskant und zweitens ich möchte lieber warten bis sie dann schon beim boss ist weil der ist jetzt hier gleich in der nähe das große problem nämlich als solo ist man muss nämlich versuchen zu zeigen dass man eben kein solo ist und wenn ich jetzt dort alleine hingehe und wir beide uns dann bekämpfen weiß jeder okay wir beide waren solos ich müsste die 200 mal killen und anzünden und dies und das und dann wäre das bounty auch schon weg ich lasse die lieber mal kämpfen und mische mich dann ein weil dann blickt nachher später niemand ob ich jetzt solo bin oder sie oder ob wir ein team sind oder ich weiß nicht so Okay. Ah, der hat ausgerechnet flashed, ich hasse das. Ah, okay. Die beiden sind auf jeden Fall ein Team, jetzt verstehe ich das. Okay, habe ich den auch? Irgendjemand war noch oben. Und ich habe gleich keine Munition mehr. Spätestens dann habe ich ein Problem. Okay. 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 Ah, scheiße. Sind die doch ein Team? Oh, die Waldfee, warum war mein Katana nicht aufgeladen? Ach, du heilige. Huh, okay. Alles klar, läuft, läuft, läuft. Ah, okay, das hätte ganz schön schief laufen können. Vor allem, ich wollte schon, ich habe die ganze Linke gespammt. Aber ich weiß nicht warum, manchmal funktioniert das irgendwie nicht. Also es klingt jetzt wie eine faule Ausrede. Aber ich habe, ich habe wirklich mein Katana, ich habe gedrückt, aber irgendwie ging es nicht. Naja, okay, es hat schon mal gut ausgegangen, sonst wäre ich ziemlich ausgerastet. Jetzt hole ich mir ja schon mal meine Bolzen zurück. Ähm, Entschuldigung. Wo sind meine ganzen Pfeile? Also normalerweise sollte jetzt auch keiner mehr leben. Wieso darf ich... Ah, das sind Pfeile, okay. Alles klar.